Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Leeds Reality auf der Grunfelder Land auf dem Weg zur cellulose Fabrik. Bisschen Hackschnitzel bei den Kartons einfüllen. Oh, Leerpaletten sollte ich hier auch nochmal rein. Ah, da hinten stehen noch welche. Vielleicht kann ich die mit Johnny rüberschieben. Das wäre ja was. Okay, bisschen was übrig, das ist gut. Dann stellen wir den Anhänger nur noch ein bisschen mehr in die Ecke rein. Dann gucke ich mal, ob ich die Leerpaletten darüber kriege. Vielleicht wenn ich das Gewicht runter mache, vielleicht ein bisschen besser. So. So. Vielleicht bräuchte ich hier mal einen Gabelstapler. Weil ich weiß gar nicht. Kriegen sonst die Sachen hier weg. Ich weiß gar nicht, wie die... ...wie das die anderen gemacht haben. Die Idee... ...die Blaubeeren haben ja was abgeholt. Wie die das verladen haben, weiß ich gar nicht. Was? Bis zum nächsten Mal. Wie dieINT Hunting. Wie auch die отношения. Ich hab's gesehen. Sie haben ja keine Ausf pilotsabilized. Bi Broadでき axeln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. S kabeln Nystardo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. sehr gut, alles drin warte mal, da rufe ich doch gerade mal den Händler an geiler track, äh, Volker Warone hier, hallo hallo Herr Warone äh, sie, ich hätte eine Frage, und zwar ich bräuchte eventuell einen Stapelgabler äh, Gabelstabler ja etwas zum Stapeln der Gabeln? ne, zum Stapeln von Paletten was sind sie denn für ein Held, ey hat sie nicht schon mal einen neuen Gabelstapler gekauft? ne, ich hatte damals vom Neumann den, äh, Manitou abgekauft stimmt, genau ähm es geht um Gabelstapler, gut wahrscheinlich den MC, 18-4 von Manitou äh, hier relativ sehr günstig muss es sein äh, haben wir überhaupt also, ob sie jetzt ein äh, wenn es ein Gabelstapler ist, dann gibt's nur den, wenn sie ein Kompaktlader noch abfinden, sind sie sich mit einem Kompaktlader abfinden, ist es dann aber exklusive, äh, der Schaufel, da weiß ich nicht, was die noch kostet, muss ich einmal gucken, die kostet 800, ja, also das günstigste wäre, äh, kompaktlader mit der Schaufel, sonst Gabelstapler, äh, wer ist zweitgünstigste? äh, äh, das war jetzt das günstigste? ein Kompaktlader mit Palettengabel der, äh, New Holland, äh, äh, L, was soll das sein? äh, mit oder ohne Palettengabel äh, jetzt, sonst bringt mir das Teil ja wenig, oder? ja, kann ja sein, dass es zu befreit ist Lukas, wo jetzt lang? weiß ich nicht, guck aufs Navi ja, ich hab gedacht, du hast gerade ja, ich hab, ich guck, hab ein Verkaufsgespräch oder Beratung der kann nicht doch nichts für also, sagen Sie an was kostet das Ding ähm, 42.900 inklusive Steuerung und allem und das soll das zweitgünstigste sein? war das günstigste? ne, das günstigste das glaub ich nicht äh, ich glaub der Gabelstapler ist günstiger glaub ich nicht ich brauch einen reinen Gabelstapler hm, ja, verstehe ähm ähm ach ne ach ne, 42.900 falls, äh äh, äh ist mir völlig egal, ob sie sich verrechnet haben Moment, ich schau mal gerade im Internet nach also der Gabelstapler, äh, kostet 44.400 mit Steuern und allem und halt der, äh, Kompaktlader oder, äh, kostet 42.900 ha, nochmal, wie viel? 42.900 42.900 mit Steuer naja ja ja hm, okay, gut, danke für die Information dann muss ich noch ein bisschen sparen vielleicht nach der Ernte ja, ja, haben Sie einen schönen Tag jo, ebenso, tschüss tschüss hallo, wie ist der Neumann hallo, Neumi alles gut? ja, passt äh du, habt ihr irgendwas, äh, zum, keine Ahnung, Stroh? Habt ihr Bedarf an Stroh? ja hm hm ich nicht, aber ich glaub, die Blaubeeren, die diese Woche nicht da sind ja, die sind auf Schulung und das war nicht, ich hab's ja nicht gekriegt hm also die haben letzte Woche ziemlich viel bei mir abgekauft Stroh? ja also ich hab jetzt gerade gar nix mehr ok ja, habt ihr dann irgendwas, äh, hast du dann irgendwas, äh, hast du dann dann irgendwas da, äh so, man könnte es ja bei mir einlagern, ne? ja oder hast du Ballentechnik? ich hab keine Ballentechnik ey, musst du mal aufstellen, ey gibt's ja nicht Ballentechnik ist ne interessante Sache hab ich gehört ok, ähm dann bräuchte ich so warte mal ich bin mal grad auf die Uhr ja, so 15 Uhr kannst du da jemanden zu mir ans, ans Feld schicken äh ne, 109 um zu ernten, oder wie? ne, zum Abfahren Stroh abfahren achso, ja wenn das ginge ja, das würde gehen ja, das würde gehen bräuchte aber noch einen Kostenvoranschlag zum Abfahren jo also Stroh abfahren zu mir anhof ja, das wird nicht teuer werden äh, das wird pro hin und her Steuerfahrt, also vom Feld zum Dings wird das ein Preis von 200 sein ok also die Steuer ist noch nicht drauf übergerechnet, aber ja, steuer auf den Endbetrag, oder? ja, auf den Endbetrag aber 200 pro hin und her ja, also ich dachte, warum komm ich denn da nicht dran? Funktioniert das jetzt gerade? oh ja ok äh, ja gut schickst einen auf 15 Uhr vorbei ja, mach ich sowie, danke, tschüss tschüss Alter, hier richtige Action am Feld hoffen wir, dass 15 Uhr passt aber bis dahin musste ich mit dem Drescher auch unten sein und angefangen haben zu Dreschen so, warte, ich muss weiterfahren so ja hallo ja ach, mein Funk, der spinnt ein bisschen und, alles gut? jo mach ich gut, oder? si machst du gut gut ähm 15 Uhr bist du fertig, oder? ja, easy ok da hab ich nämlich für unten den vom Neumann jemanden bestellt zum Stroh abfahren ok oh, easy ja, hab ja keinen Ladewagen, deshalb ich könnte jetzt direkt runterfahren ja, eben, deshalb dachte ich 15 Uhr, wenn wenn du dann runterfahre oder wenn ich dann den Drescher nehme und runterfahre anfangen und du dann mit dem Johnny nachkommst von mir ja, kann ich machen das wär optimal könnte es dann noch, ähm den Joskin der bei mir im Wald steht holen hm hm vom Gerät kaputt ne, das rauscht immer so, ne? komisches Rauschen im äh, Funk weiß auch nicht was da los ist die Klasse drin? hä? die Klasse drin? äh, 35 nicht ganz sollte alles in die Dieselproduktion passen gut joa hast gehört, Dieselpreis ist gesenkt echt? ok äh, hier unten beim Bauhof in der Tankstelle kostet der Diesel 1 Euro und oben in Grüns Feld heißt das, ne? ne ne doch, ja äh, da kostet er 1,50 ok schick ich erinnere mich dran, dass ich einen Anhänger voll haben wollte hm einen kleinen Anhänger da, ne? jo, der steht bei mir am Hof ein bisschen leer joo gut dann tauschen wir gerade mal gut gut joo dann bis später, tschüss Moment mal kurz oh, der Sitz ist aber schön warm, hey hast du reingepupst, ne? ne, ne ich hab die Sitzheizung an alter, guck mal auf das Thermometer und dann noch Sitzheizung kalt draußen willst du auch keine Kinder mehr machen, ne? ja, ich bin eben in, äh, in kurzer Hose und T-Shirt draußen rumgelaufen ja, und jetzt Sitzheizung du bist ein Held ja, ja und bis dann mal, tschö 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 hier jetzt mal flott an mein Hof äh, ne Quatsch an mein Feld zack zack ernten äh, Dinkel Dinkel ernten ähm, den müssen wir dann verkaufen und dann haben wir hoffentlich wieder so ein klein bisschen Cashflow ähm, weil es ist schon bitter, dass ich gar kein Geld aufgehoben kann, der hab und die Steuer, äh, äh, Kredit muss ich glaube ich auch demnächst mal wieder zurückzahlen von dem her sollte ich da ein bisschen Gas geben bis dahin, also bis morgen, macht's gut, tschüss bis zum nächsten Mal